Der Mensch ist nicht dafür gemacht, alleine zu sein. Doch wer entscheidet eigentlich darüber, was Einsamkeit bedeutet? Wer entscheidet darüber, allein sein zu müssen? Darüber entscheidet nur ein Mensch. Und das sind Sie. Der Mensch verlangt nach Geselligkeit. Er braucht Bewegung. Er muss sich weiterbilden, seinen Horizont erweitern und seinen Geist in Schwung halten. Er möchte sich mit Gleichgesinnten umgehen und seine Interessen mit ihnen teilen. Der Mensch möchte sich amüsieren, lachen und das eben nicht allein. Er will mit jemandem reden oder einfach mal in Gedanken versinken. Wenn auch Sie zu diesen Menschen gehören, die all dies nicht missen möchten. Kommen Sie zu uns! 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 Kommen Sie zu uns!